Seit Jahrzehnten kämpfen die Rückkehrer in Mosambik, Matt Jermis genannt, um Respekt und Anerkennung. 2019 befasste sich die internationale Tagung Respekt und Anerkennung mit der Entwicklungszusammenarbeit Mosambik-Deutschland unter dem Schwerpunktthema Vertragsarbeit. Die Frage, ob der Einsatz der Vertragsarbeiter aus Mosambik Solidarität oder Unrecht war, muss schnell und pragmatisch geklärt werden. Sie haben in die staatliche Rentenversicherung eingezahlt. Viele wurden bisher nicht berücksichtigt. Die Bundesregierung kann sich hinter der Passivität Mosambiks nicht verstecken, sagt Hans-Joachim Düring, Sprecher des Fortsetzungsausschusses für Respekt und Anerkennung, der sich nach der Tagung gründete. Birgit Norman Becker, Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, habe das Lothar-Kreisig-Ökumene-Zentrum der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland darin unterstützt, das Online-Portal zu starten. Unter dem Titel für Respekt und Anerkennung, die mosambikanischen Vertragsarbeiter und das schwierige Erbe aus der DDR, erschienen in der Studienreihe der Beauftragten, Aufarbeitung der SED-Diktatur im März 2020, ein Band zu der Tagung 2019. Es solle so Bewegung in die Frage gebracht werden, wie es Respekt und Anerkennung für ihre hier geleistete Arbeit geben könne, erklärte Neumann Becker zum Start der Website. Und weiter, es stelle sich die Frage, war es internationale Solidarität oder Ausbeutung von Arbeitern im sozialistischen Arbeiter- und Bauernstaat DDR? Mit dem Staatsvertrag von 1979 kamen mehr als 20.000 Arbeitskräfte aus der Volksrepublik Mosambik in die DDR. Ein Thema auf der Website ist die zweite Generation. Viele Vertragsarbeiter gründeten mit einer Frau aus der DDR eine Familie. Die meisten mosambikanischen Väter mussten nach 1990 zurückkehren. Zurück geblieben die deutschen Mütter mit den Kindern hier. Selten wuchsen deutsch-mosambikanische Kinder mit beiden Elternteilen auf. Geplant ist, dass Mütter und Kinder in Videointerviews aus ihrer Perspektive berichten.